So, wir fangen an. Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen. Das hier ist eine Auftragsarbeit und sowas mache ich super selten. Da kommen noch Pilze drauf, eine Lampe und, und, und. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich als erstes Pilze malen will oder nicht. Ich habe mir schon so ein paar hier mal rausgeguckt und wieder weggescrollt. Naja, ist ja auch egal, die finden sich ja schnell wieder. Fliegenpilz wollte ich gucken. Achtung. Fliegenpilz. Naja, die kommen halt so hier dazwischen und sowas. Aber ich denke, wir malen erstmal ein bisschen aus, damit man so ein bisschen Form kriegt. Er hier, er kriegt ein freirasiertes Stück. Und da kommt ein Barcode drauf. Da muss man dann mal gucken, wie man das einfließen lässt. Ich habe das extra schon so ein bisschen vorgezeichnet. Und rausradiert, damit man es dann leichter hat, die Sachen so zu sehen. So, wir malen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wildschwein aus, weil das Wildschwein stays. Einfach, das bleibt, wie es ist. Warte. Komm mal hier. Das macht man nicht. Ist okay. Ist okay. Wir müssen ja ordentlich arbeiten hier. So. Und von dem Wandeligen können wir ein bisschen was reinmachen. So. Gut. Ach, das ist ganz ungewohnt, so frei und doch nicht frei zu arbeiten. Aber wir werden es sehen. Bin eh mal gespannt, wie weit ich das so aufnehmen werde. Also weil, ich kann mich ja hierbei nicht beeilen oder so. Und ich weiß nie, wie spannend das ist. Normalerweise würde ich jetzt ein Hörbuch hören oder Callcenter-Fun. Bin wieder so ein bisschen auf Callcenter-Fun hängen geblieben. Das habe ich so alle paar Wochen mal. Alle paar Wochen so, weiß ich nicht. Alle paar Jahre höre ich dann alles durch. Der beschäftigt sich mit so Scam-Calls. Somit wechseln sie doch ihren Stromanbieter und so. Damit beschäftigt er sich. Also das sieht bestimmt nicht hübsch aus. Aber dafür bin ich ja auch nicht hier. Ich muss das malen, wenn ich nicht mal hier drüber gucken muss. Ich male nicht so häufig Wildschweine. Deswegen möchte ich mich da so weitestgehend an dem Bild orientieren. Und ich habe auch beschlossen, mir gefällt das Motiv so gut, dass ich das wohl auch groß auf Leinwand malen werde. Nur halt noch mit anderen Zusätzen. Also da ist dann nicht nur das Tier, beziehungsweise der Totenkopf und die zwei Tiere hier sind ja Fuchs und Wildschwein. Die werden es nicht nur sein. Da kommen dann auch andere Gegenstände dazu. Ich weiß aber noch nicht genau welche. Muss man mal gucken. So, hier ist auch dunkel. Also diese Coni Honor, kann man nichts sagen. Sehr angenehm. Ich hatte ja keinen Bock mehr mit Faber Castell zu arbeiten. Einfach nur, weil es, weiß ich nicht. Also irgendwann, man hat sich so satt gesehen an allem da dran. Und so geil sind die halt auch einfach nicht. Ich hasse es, wenn Firmen so eine Monopolnummer haben und gar nichts mehr an ihren Produkten ändern müssen. Überhaupt nicht mehr so mitleben und sowas. Und ja, klar, never change a running system. Natürlich, wenn es gut ist, ist es gut. Aber gerade bei Farben und sowas hat man ja ein riesen Entwicklungspotenzial. Das ist eigentlich sogar ziemlich braun, das Ohr. Und das ist eigentlich schon so. Ich will dieses borstelige unbedingt haben, ich mag das sehr. Ich will dieses borstelige. ich habe halt auch nichts zu erzählen es ist einfach es wird sehr meditativ hier glaube ich ich brauche es auch gar nicht halt mich nicht so dran wir geben dem schwein einfach ein bisschen andere farbe so darf es auch sein gucken nur immer mal dass wir die dunklen stellen dunkel malen und die hellen stellen hell dann passt es schon und wir müssen das handy an bleibt weil sonst ist sich hier wieder ein man hat einen code gesehen ich habe deinen code gesehen ist egal ich habe also ich mache das so alle paar jahre wechsel ich überall mal so die pin codes und passwörter durch und so was also diese entsperr codes von was weiß ich nicht was kreditkarten oder so ein gedöhnt so alle paar jahre ändere ich das jetzt stehe ich regelmäßig da also ich weiß auch gar nicht warum es gibt bestimmt keinen größeren bedarf das zu tun aber es ist mir halten innerer drang aber jetzt stehe ich regelmäßig da und überlege was war es jetzt noch mal wie ging es gleich ich bin es tut mir leid aber koni nor you got me ich wollte ja immer ich sag's in jedem video oder ich teste ja sowas so gerne rum so farben und so und da bin ich positiv überrascht wir müssen gucken weil überall kriegt es dann diese schweinebürstchen schauen dass wir den stift immer schön spitz halten ich hasse spitze ja so sehr ich mache das immer lieber mit dem cutter bleibt halt auch irgendwie so habe noch keinen spitzer gefunden mit dem ich so vollends zufrieden bin weil es halt zu gleichmäßig ist so hier hat er so der bruno weint vor der tür der will rein und mir aufs papier hüpfen kenne den doch zu fest gedrückt aber ist nicht schlimm ist nicht schlimm so was habe ich sonst noch zu erzählen ich habe letztens schon erzählt dass ich rausgefunden habe dass meine uroma französische abstammung ist glaube ich das ist auch das thema was mich so privat am meisten beschäftigt im moment weil ich halt viel nicht so mit diesem ja wer waren meine vorfahren quatsch auseinandersetze das ist halt auch so das einzige worüber ich gerne reden würde aber gar nicht so viel reden kann weil es einfach viel zu private sachen sind also beziehungsweise ganz viele sachen bei denen ich mir auch recherche technisch noch nicht ganz sicher bin und so und dann wäre es ja voll blöd wenn ich das erzähle kann auch gar nicht genau sagen ob so ist wie es ist die nase die ziemlich ein bisschen hoch ist nämlich hier ganz fleischig das wollen wir sie ja auch bleiben lassen ich mag das wachsige sehr das gefällt mir das gefällt mir Ja, das ist so... Ja, aber das wird ungefähr die Farbe von der Sau, damit kann ich gut leben, das gefällt mir. Ich habe heute Morgen eigentlich auch alles vergessen, was dieses Projekt betrifft. Ich habe mich so null auf die Videos vorbereitet, also jetzt gar nicht so, dass ich für so ein Video so urlange viel Vorbereitung bräuchte, aber normalerweise gucke ich, dass ich ein Tablet habe, auf dem die Vorlage liegt oder so, oder dass ich auch die Vorlage habe, mit der ich eigentlich gearbeitet habe. Also das hier habe ich zum Beispiel ja runtergeladen und in der guten Qualität, also das Bild in der guten Qualität gekauft. Und jetzt habe ich hier dieses, ja, von meinem Moodboard quasi runtergezogen. Wenn ihr mit Referenzen arbeitet, sucht euch immer gute Qualität und zahlt für die Sachen, das ist so wichtig. Oh, ich habe eine neue Staffelei bestellt. Das ist vielleicht für keinen von euch interessant, aber für mich total schön, weil ich dann endlich auch sehr große Bilder leichter bearbeiten kann. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ich habe zwar jetzt schon eine Staffelei, mit der ich relativ groß arbeiten kann, aber halt nur relativ groß. So, wir brauchen mal einen Strichcode. Strichcode für Fleisch, Strichcode für Fleisch, Produkt, hoffentlich kriegen wir da einen. Aha, hier. Da sehe ich uns. Da malen wir dann. Also da geht es mir jetzt hauptsächlich um die Zahlen und sowas. Ich hole mir mal ein Taschentuch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hätte mir auch gewünscht, irgendjemand hätte mir eine Wärmflasche gebracht. Das wäre schön. So, dann bauen wir das hier vielleicht so ein bisschen nach oben aus. Die Fläche, das ist mir zu kurz. Weil wir diese Würstchen gemixt da drauf haben wollen. Das finde ich sehr gut. Hopp, 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 hopp. Das gefällt mir voll. Da haben wir direkt den richtigen Barcode gefunden. So, so. Ja, und jetzt ist das ja fast egal. Oder sollen wir das mit einem Lineal machen? Ja, das hat in der Schule schon nicht funktioniert, ne? Das hat in der Schule schon nicht funktioniert. Aber habe ich ein Lineal hier griffbereit? Irgendwas? Ansonsten nehmen wir was von einem Buch oder... Ach, guck mal hier. Warte. Ich habe hier von meinem Ölmal-Dingsbums. Das nehmen wir einfach kurz. Obwohl es... Nee, das ist zu unpraktisch. Wir machen es ordentlich. Mann, Maris, als wärst du wieder in der Schule, ne? Wo haben wir denn Mäppchen und sowas? Ich hatte hier irgendwo ein kleines Lineal. Das müssen wir nur finden. Aber ich bin zu kurz, um hier in das Hohregal zu greifen. Wir haben hier ein Kindermäppchen. In dem ist ein Geodreieck. Oh Gott. Das müssen wir auch mal sauber machen. Das ist das Geodreieck. Aber perfekt. Freuen wir uns einfach mal. Ups. Machen wir hier zwei Linien nah beieinander. Recht lang. So. Weißt du, da sagen die Leute immer, ich kann keinen geraden Strich ziehen. Und dann komme ich. Und dann komme ich. Ach, ich hasse mit dem Lineal arbeiten, ne? Ich revidiere das direkt. Hier, komm. Fick dich. Gib mir das Ding hier. 08, 02. Hier. Warte. Wir machen das weg. So ist es überhaupt nicht schlimm. Die wollen wir ganz nah beieinander. Und wenn ich jetzt nicht gleich die Bildschirmzeit ändere. Doppel zu dick. Also in diese Feinleine habe ich mich ja auch ein bisschen verliebt einfach. So, jetzt haben wir hier zwei dünne weiter weg. Zack. Zack. Einen ganz dicken. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht ganz stimmt. Hier geht es ja nur um die Sache an sich. Quasi, dass es erkennbar ist. Und ich finde es halt schön, das wenigstens so ein bisschen nachzuempfinden. Und dann kommt ganz dünn die Naht dran. Zack. Oh, hier. Die können wir auch nochmal ein bisschen deutlicher machen. Die Kamera hat sich verabschiedet. Da weiß ich nicht. Sag ich da jetzt mit Yoshi Bescheid? Besser wäre es. Aber jetzt machen wir jetzt nicht. Keine Lust schon wieder aufzustehen. So, der ist nicht ganz so dick. Der ist zwar ein bisschen an einer anderen Stelle. Das war nicht schlimm. Wie gesagt, es geht nur da drunter. Und das grob nachzuempfinden. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass die Position nicht zu 100% das Wichtige ist, sondern die Strichstärke, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mal mit einem, ach, ich weiß nicht. Ich kennt hier so Leute, die ihr gerne Freund nennen würdet. Aber es war halt de facto einfach nie so eine Freundschaft. Also, weißt du, wie ich meine? So Menschen, die man einfach, oder wusste man, das sind tolle Menschen. Mit so jemandem habe ich mal ein paar Wochen studiert. Der hieß Martin und mit dem hatte ich dann auch ein Projekt. Und da haben wir einen Energy-Trink aus Wurstwasser gemacht. Naja, und mit diesem Martin hat er da, also der hat dann auch so ein QR-Code für dieses Wurstwassergetränk generieren lassen. Weiß ich nicht, ob das damals schon online ging oder nicht. Ist ja auch völlig Wurst. Aber ich mochte das total, mit welcher Inbrunst, der an diese Sache da rangegangen ist. Ich gucke, die habe ich jetzt ein bisschen zu weit auseinander gemacht, aber das ist nicht schlimm. Wir ziehen das einfach hier ein Stückchen weiter vor. Ja, naja, also da würde ich total gerne immer sagen, es war ein Freund von mir, aber ich habe halt letztendlich einfach nur ein paar Projekte in der Uni mit dem gemacht, als ich da noch studiert habe. So, und jetzt machen wir die zwei langen. Ups. Und Fups, die können dann auch so ein bisschen im Fell verschwinden. Und dann haben wir hier die vier. Null. Fünf. Sechs. Vier. Acht. Neun. Ah, guck mal hier, die. Ah, da, ich habe, also da hätte ich mich auch nicht daran orientieren müssen, ne? Egal. Nicht schlimm. So haben wir wenigstens Zeit damit verbracht, über Dinge zu reden. Manchmal ist es auch okay, von einem ursprünglichen Plan einfach abzukommen. So, vier. Da lassen wir dann ein bisschen das Fell drauf kommen. Und die, äh, Wurst, die malen wir so. Damit die auch dieses Zeichen, also dieses Piktogrammige behält. Wenn der Yoshi kommt, muss ich mal dran denken, das gefällt mir gut, muss ich mal dran denken, dass ich den drum bitte, mir eine Wärmflasche zu machen, weil ich Kopfschmerzen kriege. Und ich festgestellt habe, wenn ich meine Füße auf heißes, also auf was Heißes stelle, dann hilft mir das sehr. So, so rausrasiert. Machen wir das hier so schön fleischfarben. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bei den Würstchen weiß ich noch nicht, ob ich die weiß lassen möchte. Vielleicht packt man die auch in so eine dunkelrosa Pelle oder so. Wie so Ferdi-Würstchen. Aber der Code, auch wenn wir uns null dran gehalten haben, ist auch so schön, ne? Ich hole mir immer Vorlagen und am Ende halte ich mich so wenig dran. Da halte ich mich dann so wenig dran. Ah, ist mir doch ein bisschen zu gelb hier. Guck mal hier, ob das eher so, ne, ist ein ähnliches gelb. Wir bleiben bei denen hier, die gefallen mir besser. Aber ja, klar. So, hier ist eh alles so, so, so. Ach, wir machen das jetzt mal mit der Bildschirmzeit. Das kann es ja wohl nicht sein. Wo geht das denn? Anzeige und Helligkeit. Ich weiß ganz genau, dass ich heute Nacht, werde ich mich einfach furchtbar drüber ärgern. Weil ich ganz oft mit einem Hörbuch oder einem Podcast oder je nachdem, um was es geht, lasse ich auch mein YouTube-Video laufen. Und damit schlafe ich dann ein und irgendwann wache ich dann nachts auf, wenn mir der Display zu hell ist, das Display zu hell ist. Dann wache ich auf und ich weiß ganz genau, dass ich vergessen werde, dieses Ding wieder auszumachen. Und dann werde ich heute Nacht aufwachen und dran denken. Fuck. Fuck. Ich habe gestern in meiner Insta-Story Schupfnudeln gemacht. Also nicht extra, sondern es war halt einfach, leider möchte ich mittlerweile sagen, so, dass ich Schupfnudeln gemacht habe, während ich die Insta-Story gemacht habe. Ich habe meine Pfanne nicht lang genug heiß werden lassen. Und jetzt habe ich ganz viele Profiköche, die mir alle erzählen, was ich tun muss, damit meine Schupfnudeln besser werden. Und dabei waren meine Schupfnudeln okay, die sind halt nur ein bisschen in der Pfanne angebrannt, weil die halt noch nicht richtig heiß war. Und dementsprechend dann nicht so, ja, die hatte sich halt einfach noch nicht, wie soll ich das nennen, so eingebrannt. Die war halt einfach nicht so weit. Die war noch nicht ready, die kleine Pfanne. Und jetzt erzählen mir ganz viele Leute auf Instagram, wie ich am besten das nächste Mal meine Schupfnudeln optimiere. Aber dass die Leute immer so einen Optimierungszwang bei anderem haben. Oh, also ich, ich liebe Maris, ich würde das ganz anders machen. Ja, kannst ja herkommen, kannst du mich kochen. Komm. Ich liebe Maris. Aber noch viel schlimmer ist, wenn Leute im Internet diagnostizieren. Das hatten wir ja letztens das Thema. Und wenn dann sowas, also ich will auf was hinaus. Und jetzt werden ja im Internet auch immer ganz viele Geschichten über mich so erzählt. Es wird halt einfach immer so, so ein bisschen breit getreten. Ach, keine Ahnung, was war das Jüngste jetzt? Da hat jemand geschrieben, meine Eltern wären Alkoholiker. Dabei ist das ja totaler Quatsch. Also, es gibt natürlich auch Eltern, die sind Alkoholiker. Und meine waren es aber nicht. Und ich wäre in einem Heim groß geworden und sowas. Sowas hat die Person da geschrieben. Und dann habe ich das ignoriert, weil was soll ich da kommentieren? Und dann hat aber jemand anderes geschrieben. Ach, also das lässt mir jetzt keine Ruhe. Stimmt das? Ist das die Wahrheit? Alter, ich bin eine fremde Person. Wieso lässt dir das denn keine Ruhe? Was willst du denn machen? Also, wenn dem so wäre, was genau hast du denn von der Information? Die Neugierde befriedigt. Okay. Und jetzt? Also, wie machen wir weiter im Text? Was wird das Nächste? Weiß ich gar nicht. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, dass das, selbst wenn dem so wäre, würde sich nichts an meiner Person dadurch ändern. Also, ich bin jetzt, ich wäre niemand anderes, wenn das der Fall wäre. Es hatte ja dann einfach nur den Einfluss auf mich, den es hatte. Und ja, ist halt, wie es ist. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da muss jemand anderes drüber richten. Und dann schrieben mir die Leute darunter, also das hat schon einen Einfluss auf dich. Man ist ja, also, man ist, wer man ist, basierend auf dem, was man erlebt. Ja, aber es geht einem ja trotzdem nichts an. Also, ihr kennt mich ja jetzt so, wie ich bin. Das ist die Person, das bin ich. Und das bin ich ja dann basierend auf dem Erlebten, ganz unabhängig davon, was das Erlebte ist. Der Teil muss ja niemanden mehr jucken. Der ist ja rum, also außer mich höchstens. Naja, und dann hasse ich es immer, wenn Leute solche, wie soll ich es nennen, solche schlimmen Geschichten nutzen, um so ein bisschen Reichweite und Fame zu kriegen. Und das ist der einzige Grund, warum ich darauf dann reagiert habe. Weil ich nicht möchte, dass ich basierend auf einer falschen Geschichte, auf einer tragischen Kindheit, die ich ja so nicht hatte, dass ich dann da irgendwelche Credits kriege. Also, total bescheuert. Nicht das andere, also, versteht ihr, was ich meine? Ich möchte kein falsches Mitleid, keine falschen irgendwas. Ist natürlich bewundernswert, wenn Leute eine schwierige Kindheit hatten und dann gut damit klarkommen. Aber ich hatte halt einfach keine. Also, fertig. So, guck aber, wie das jetzt nach und nach vorn annimmt, das blöde Schweinchen hier. Da machen wir dann, geht das mit dem hier? Ne, mit dem kriegen wir es nicht hin, ne? Der ist zu, ja, dachte ich mir schon, dass der zu pastellig ist. Mit dem. Ansonsten machen wir das nachher mit einem, ne, mit dem schaffen wir das auch nicht. Also, nur in einem ganz kleinen Maß. Ganz kleines Maß. So. Na ja, und da gibt es ja dann viele Geschichten. Also, von der Vermutung, dass ich Autist bin, bis hin zur Geschichte jetzt, dass ich eine schwere Kindheit hatte und meine Eltern furchtbare Menschen sind. Huh, was mir aber dabei einfällt, hat jemand das von dieser Family-Bloggerin mitgekriegt aus den USA? Da ist wohl eine, ich weiß auch gar nicht, ob ich hier schon darüber erzählt habe, in so einem Zehn-Minuten-Video vielleicht. Wenn ich dann höre, das jetzt halt nochmal, weil das auch sowas ist, was mich urbeschäftigt hat. Da war eine Family-Bloggerin. Jetzt schleicht der Joschi sich rein. Der wollte es unbemerkt tun. Ich habe ihn verraten. Ich bin unbemerkt, das ist unbemerkt. Sieg mir mein Sieg und ich auch. Das ist gut. Was sagst du zu dem Schwein bisher? Ich gucke es mir dann gleich in der Aufnahme an. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir den Zoom jetzt doch anders als gedacht. Das ist nicht schlimm. Kannst du dann wegschneiden. Das ist kein Problem. Ich habe eine Kringflasche gemacht. So, willst du zeigen? Du bist einfach jetzt schon verliebt. Bist du hier raus? Anscheinend. Mir ist vorhin schon aufgefallen, dass sie sich bewegt hat und ich habe überlegt, ob ich dir Bescheid sage. Aber ich dachte, vielleicht geht es ja auch nur beim Film in den Ruhemodus. Ja, zum Akku mal jetzt sieht man mich aber da hinten reinlaufen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, zum Glück haben wir das Ding aufgestellt. Ja, aber ich verstehe es halt wirklich nicht, warum die sich prinzipiell einfach abschalten. Ich habe mir viel Spaß gemacht. Kommst du mit der Trinkflasche nochmal? Nö, später. Ja, aber ich weiß nicht. Schade. Auf jeden Fall gab es in den USA so eine Familienbloggerin und die hat unter anderem nicht nur gezeigt, wie sie ihre Kinder erzieht. Eight Passengers hieß der YouTube-Kanal, den gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Und hat die unter anderem nicht nur gezeigt, wie sie ihre Kinder erzieht, sondern auch so ein, ich glaube, so ein betreutes Wohnen oder sowas gegründet. Auf jeden Fall so eine soziale Einrichtung für Kinder, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und turns out, diese Frau hat ihre Kinder mit Klebeband gefesselt, hat Essen als Privileg behandelt. Also die Kinder, die waren so unterernährt, dass die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten und so. Und da stelle ich mir doch die Frage, also und die hatte, ist nicht so, dass die einen guten Kanal hatte oder sowas, sondern da waren ultra schwierige Takes drauf. Zum Beispiel die Lehrerin von der sechsjährigen Tochter hat angerufen und hat gesagt, ja ey, die Kleine hat kein Frühstück dabei, bringen sie ihr doch bitte Frühstück und so, das wäre super, damit die keinen Hunger hat. Und dann hat die gesagt, nö, die ist da selbst verantwortlich, wenn die kein Frühstück dabei hat, dann kriegt die halt auch keins. Pech. Und hat dann noch in ihrem YouTube-Video gesagt, dass sie hofft, dass niemand dem Kind Essen gibt, damit die draus lernt. Wo ich mir dann denke, puh, okay, schwierig. Der Sohn musste sieben Monate lang auf einem Sitzkissen schlafen. Wegen der Flasche? Weil du persönlich danach verlangst. Naja, fast. Guck mal, ich hab zuerst, hab ich, genau, ich film mich auch mal. Oh, das ist eine Spardose. Eine lange Spardose. Ah, das ist aber nice. Ich finde die nämlich selber sehr schön. Ja. Naja, die hast du ja schon mal angekriegt, aber guck mal hier. Oh, das ist süß. Eine Roulane-Trinkflasche. Crazy. Das Motiv heißt Sammeltasse Mai. Ah, guter Name. Es gab diese Sammeltasse nie. Nee. Jetzt dann schon. Ich hab purpurne Tassen aufgeliebt. Oh. Und wenn die da sind, machen wir den Schock. Nennen wir die Flasche dann auch Sammeltasse? Sammeltasse Mai. Gut, ich gebe dir viel Spaß. Finde ich sehr hübsch. Wir haben noch mehr. Die siehst du aber, dass ich später gehst. Toll. Na, der Sohn musste auf dem Sitzkissen schlafen und sowas. Und das hatte ich halt auch einfach so in dem Video erzählt. Sechs, nee, sieben Monate auf einem Sitzkissen einfach. Musst du mal überlegen, was geht da als Mutter in deinem Kopf vor? Du findest es dann auch noch so gut. Du bist so froh über deine Erziehungsmethoden, dass du andere Leute im Internet daran teilhaben lassen willst. Also du willst anderen zeigen, wie gut es ist. Und der Vater, der hat da wohl auch mitgemacht. Irgendwann war er nicht mehr im Kanal zu sehen. Aber völlig egal, wo er dann war. Seine Kinder hat er auch nicht versucht zu retten. Naja, und jetzt finde ich halt, sollte nicht nur das, sondern auch vieles andere einfach Anlass dafür geben, Familienbloggerkanäle zu verbieten. Ich finde es so ekelhaft, wenn Leute ihre Kinder im Internet zeigen. Ich hasse das so sehr. Ich komme da nicht drauf klar. Also es gibt auch gar keine, ich kann das überhaupt nicht gut beschreiben, wie sehr ich das hasse, weil ich das so, 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 so sehr hasse. Ich sehe da auch überhaupt keinen Grund, warum man das macht. Also es gibt für mich in meinem Kopf kein Szenario, in dem ich sagen würde, ja, ach doch, gut, dass die ihr Kind gezeigt hat. Außer es ist vermisst. In Deutschland gab es ja zum Beispiel eine, das haben aber bestimmt ganz viele schon mitgekriegt, die macht auch so einen Family-Blog und die hat dann ganz stolz eine Insta-Story darüber gemacht, dass ihre Follower ihr immer schreiben, wenn sie ihr Kind irgendwo sehen. Also wenn das Kind zum Beispiel mit der Oma auf dem Spielplatz ist oder so, dann schreiben ihr die Follower, hey, habt gerade dein Kind mit der Oma gesehen. Seid ihr da auf dem Spielplatz? Wo ich mir denke, Alter, was ist los mit euch? Ist doch super krank einfach. Ist doch super krank. Also ich möchte, dass ich war da früher auch viel zu nachlässig mit, also so ganz früher, vor vielen Jahren. Und hatte auch mal meine Tochter in einem Livestream auf dem Schoß oder sowas. Und damals habe ich Leute noch abgetan, die gesagt haben so, pack mal, tu mal dein Kind weg und so. Aber da war ich mir der Tragweite auch nicht bewusst. Das war vor sechs Jahren oder so. Da war die halt auch noch ein Säugling. Und ich würde das nie mehr machen. Nie mehr. Nie mehr. Ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendetwas über meine Kinder weiß. Das sind mit die einzigen Gründe, warum ich Leute blocke. Also ich weiß noch, in der Schule von meiner großen Tochter, als sie noch in die Schule gegangen ist, da kannten ein paar Kids meinen TikTok-Account und so. Und das war nicht schlimm. Die hatte davon keine Nachteile. Die wurde jetzt nicht gehänselt wegen meinem TikTok-Account. Aber in meinen Livestreams haben dann Mitschüler, also nicht Klassenkameraden, sondern einfach nur Mitschüler, reingeschrieben so, öh, du bist doch die Mutter von und so. Das waren die einzigen Leute, die ich gebannt habe. Das waren legit die einzigen Leute, die ich in meinen Streams gebannt habe, wenn die irgendwelche Infos zu meinen Kindern geschrieben haben. Obwohl, da brauchen wir es nicht so spitz. Da können wir auch normal spitzen. Da muss nicht so sein. Ja, und ich finde, das gehört verboten. Also kann der, warum schützt der Staat das Kind da nicht? Wenn, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die haben auch ganz viele Meldungen gehabt, also da in den USA. Ganz, ganz viele Meldungen zu dieser Ruby Frankie, hieß die, oder heißt die. Dass die halt schlimm mit ihren Kindern umgeht. Nachbarn haben das gemeldet. Kinder von ihr, die schon ausgezogen sind, haben das gemeldet. Da ist keiner mal hin. Da ist kein Jugendamt hin. Hat einfach nicht gereicht. Und erst als der zwölfjährige Sohn gefesselt beim Nachbarn vor der Tür stand und um Wasser gebeten hat und sich entschuldigt hat und gesagt hat, er ist selbst schuld an der Situation. Selbst schuld. Erst dann wurde die Polizei tätig, wo ich mir denke, seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Naja. Verstehe ich dann nicht, aber gut. Ich muss da mal gucken, was ich im Hintergrund mache. Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe eh überlegt, ob ich der Frau anbiete, das auf Holz aufzuspannen oder so. Bin ich noch nicht ganz sicher. So, warte mal. Will ich jetzt an dem Schwein weitermachen oder wollen wir? Mal ein bisschen was skizzieren. Wie lange malen wir denn schon? 10.49 Uhr. Noch nicht so lang pinkeln, muss ich. Ich glaube, ich gehe gleich kurz pinkeln. Warte. Die Nase malen wir fleischig. Und dann ein bisschen grau. Papa. 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 Na ja, ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter verboten gehören im Internet. Du darfst einfach keine Kinderfotos machen. Nur unter strengen Auflagen mit, keine Ahnung, Gutachten und, 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 was weiß ich nicht was. Also es gibt aber überhaupt keinen Grund dafür. Du kannst ja alles irgendwie mit AI und sowas, kannst du ja nachbilden. Du brauchst keine echten Kinder mehr im Fernsehen, das brauchst du nicht. Das ist einfach, es gibt keinen Grund dafür. Das Fell hier hinterher hätte ich gern ein bisschen heller gehabt, da bin ich so dunkel geworden. Mal gucken, ob wir da noch was. Ja. Da gehen wir nochmal rein, dann holen wir uns da erstmal ein bisschen helleres Fell. So, und dann gehe ich gleich pinkeln. Ich drücke zu fest auf. Ich drücke zu fest auf. Naja, und auch wenn ich mir Follower kaputt mache damit, bin ich ebenso der festen Überzeugung, dass wenn man es nötig hat, seine Kinder im Netz zu zeigen, dann kann man sonst nichts. Dann hast du einfach keine eigenen, du hast nichts, dann bist du einfach nichts. Weil auch, ich kenne ganz viele so Bloggerinnen über Kindererziehung und, 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 die das nicht machen. Die stellen ihre Kinder dann entweder selbst dar oder, weiß ich nicht, die eine, gut, die macht mit Säuglingen halt ihren Content und die benutzt dann halt so Babypuppen, aber ich glaube nicht, dass das heutzutage noch Not tut, da irgendwen zu zeigen. Das ist der einzige Grund, oder was heißt der einzige Grund, es gibt viele Gründe, warum ich froh bin, in den 90ern groß geworden zu sein, aber sowas gab es halt nicht. Meine Mutter musste sich sehr wohl aussuchen, welche peinlichen Situationen sie von mir mit einer Polaroid-Kamera festhält. Und wenn ich überlege, dass es ja schon damals so ein Thema war mit Leuten, die, dass man hier die Worte alle so nicht sagen darf, halt mit Leuten, die Kinder nichts Gutes wollen, Ich weiß noch, auf meinem Schulweg damals, ich musste ungefähr einen Kilometer in der Schule laufen, da gab es ein richtiges Netzwerk, also meine Mutter wurde von verschiedenen Nachbarn halt informiert, so, jo, die Maries ist vorbeigekommen, hier ist cool und sowas, so gerade, gerade die erste Zeit oder wenn man gehört hatte, dass, dass es irgendwo einen Vorfall gab oder so, dann gab es da halt ein Netzwerk an Nachbarn, die halt Bescheid gesagt haben. Und das war cool so. Das war einfach gut so. Und jetzt postest du, wo deine Kinder auf dem Spielplatz sind, damit alle im Internet Bescheid wissen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Hier will ich es nicht ganz so dunkel haben, hier schon, weil, also, Körper halt, ne? Jetzt will ich wieder ein paar Haare malen. Oh! Okay. Ich denke, im Hintergrund werde ich viel mit, äh, äh, ich drücke immer zu fest auf, gell, äh, Pastell malen. Ich glaube, ich gucke, dass ich mir das so weit abdecke und dann mit Pastell arbeite. Das passt, glaube ich, schön. Da, da sehe ich mich so ein bisschen. So, hier müssen wir mal gucken. Also, es soll ja, wie gesagt, auch nichts fotorealistisches sein oder so. Ich wiederhole das immer mal gern, damit hier auch keiner die, die Ansprüche hat. So, ich muss mir dann mal Fotos von echten Schweinen raussuchen, weil, wenn ich das auf Leinwand male, dann soll es natürlich einen fotorealistischen Charakter kriegen. Äh, das wäre mir dann wichtig. So, hier als Zeichnung soll sich das schön in dieses Stilmittelstift auch einfügen. Obwohl man damit natürlich auch fotorealistisch zeichnen kann, ne? Also, es gibt ganz viele Leute, die mit Stiften fotorealistisch zeichnen. Aber, passt für mich hier halt jetzt auch einfach nicht. Wie oft kann man pinkeln müssen? Sehr oft, wenn man so viel trinkt. Sehr oft, wenn man so viel trinkt. So, ein bisschen gelb. Ich muss ja mal gucken. Also, ich glaube, wir werden hier einen Pilz wachsen lassen. Also, hier, wobei ich noch nicht weiß, was für einen. Aber der soll hier schön dazwischen stehen, ne? Mit noch einem, obwohl, den können wir eigentlich so nehmen. Der darf ruhig so ein bisschen görgselig aussehen. So, aber ein ganz hier so schön hager. Ne, das ist mir noch zu eichelig. Aber da soll auf jeden Fall einer hin. Müssen wir mal gucken. Vielleicht so ein hoher. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es soll auch nicht dieser Maschuhmpilz sein. Vielleicht doch nicht so dünn. Vielleicht ein dicker. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch so unschlüssig. So, und hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass uns die Linie nicht verloren gehen. Sonst muss ich ja alles nochmal malen. Also hier können Lampen runterhängen, einen Hochsitz. Vielleicht machen wir hier auch den Hochsitz hin. Ich muss mir da mal angucken, wie so einer aussieht. Hier können wir auf jeden Fall davor ein paar Lampen machen. Und dann kommen überall so Bienchen dazu und sowas. Damit es eine schöne Mischung gibt. Aus den ganzen Sachen. Okay, ich muss erst pinkeln. Es geht nicht anders. Ich lasse das hier, weil das so schwer manchmal umgeht. Achtung, hoffa. Und bin in einer Minute wieder da. Ich lasse das hier, weil das so schwer, ... Ich lasse das hier, weil das so schwer, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da seid ihr wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich musste jetzt kurz noch über Englisch-Hausaufgaben diskutieren. Boah, das wird noch so viel Arbeit, das Bild. Holy, das wird noch crazy. Aber schön wird's. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl dabei. Und die Stifte mag ich. Ich sollte häufiger sowas ausprobieren. Also ich würde spätestens jetzt auch nicht mehr Faber-Castell kaufen, weil mir die vom Abrieb her auch viel besser gefallen. Und dann... Ah, ich habe den Yoshi vergessen, nach meiner Wärmflasche zu fragen. Siehst du mal. Siehste mal. Es gibt von Van Gogh auch Buntstifte, das habe ich schon mal erzählt. Ich wiederhole mich. Aber die will ich auch ausprobieren. Und ich habe Hunger, aber jetzt essen wäre blöd. Dann gucken wir gleich auf mein Bild. Und auf dieses Bild wollen wir nicht krümeln. Nein, 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 nein. Wir machen hier gleich noch ein bisschen rosa. Sagt von euch jemand Bescheid? Da ist die andere Kamera wieder ausgegangen. So, hoffentlich bist du nicht zu rosa. Gucken wir mal ganz vorsichtig. Wir wollen nur eine leichte... Hautrötung hier. Ja. Ich denke, das ist gut. Du hast übermalt. Du hast übermalt. So. Wollen wir mal hier mit. Okay. 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 So. Okay. 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 Okay, okay. Und dann machen wir die Bürstchen in der Farbe oder nicht. Nee, Orange sehe ich nicht. Naja, doch. Ja, das sticht dann auch nicht mehr so heraus, warte. Ach ja. So. Ja, gefällt mir gut. Lassen wir hier noch ein bisschen. Dass unter dem Fell quasi so ein bisschen Schatten geworfen wird. Aber ich muss auch gleich noch ein Video darüber machen, wie man Hautfarbe mit Öl mischt. Also mit der Ölfarbe, wie ich meine Hautfarbe mische. Muss ich noch ein Video machen. Aber das gefällt mir. Ja. Ein bisschen braun. Braun, 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 braun. Ich dachte gerade, ich habe das Mikro ausgemacht. So, ich denke, was wir schön hinkriegen, ist ein geschecktes braunes Fell. Das war mir wichtig. Das war mir wichtig. Was nicht so düster wirkt. Ich wollte nicht so ein düsteres Tier direkt so präsent vorne haben. und jetzt etwasıyorsun. Maatfel raus. Hallo. . bist du eher meine richtung ja da gehen wir dann auch gleich noch mal mit schwarz rein aber ich glaube von der grundfarbe hier finde ich das braun hier besser diese hufe sind eh so ein fall für sich also als ich die angezeichnet habe dachte ich schon okay da also hast du einen fehler gemacht hier ist doch irgendwas schief gelaufen und da machen wir dann auch mit so einem weißen molotov so und vor machen wir dann da schön die highlights rein und rein ich habe keine ahnung wie der joshi das hier schneidet also das ist ich rede darüber relativ viel weil das so ein anderes konzept ist für mich und ich freue mich hier drauf dann diese wenn dann die eigenheiten kommen diese lämpchen und sowas da freue ich mich ein bisschen drauf also weil wenn dann hier so ein dings und so wölkchen und sowas da habe ich richtig bock drauf das wird schön aber erst die pflicht sachen quasi also alles wobei man sich ein bisschen konzentrieren muss und dann die coolen dabei kann ich dann glaube ich auch mehr reden wobei ich gar nicht weiß ob ich jetzt wenig geredet habe oder nicht zack 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 nicht zu feste drücken kleine maris doch jetzt zack 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 wie viel haben wir müssen ein zeitmanagement haben 15 ok aber noch fünf minuten und dann soll es hier erst mal reichen für heute ich denke da ist schon eine menge passiert meine nase so kurbe sauerung Ah, wie sehr ich es mag. Gibt es mal hier hoch, ein bisschen rötlicher noch, zack, 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 zack. Nur nicht zu fest drücken. Nee, nee, nee. So. Ups. So. Hat nur 16.000 Stunden gedauert, aber ich mag es. Da kommen dann noch Highlights rein. Warte. Hallo, dein Eisprung beginnt in Kürze. Ne, ich denke das wird gut, das gefällt mir. Da, guck, wenn ich mir vorstelle, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, hier hinten, dann so ein Ständer mit einer Wolke hängt oder so, dann kann ich mir das extrem schön vorstellen. Nur so als Beispiel. Oder, ja, ich weiß nicht, was man alles hinmacht. Der hier, der kann ja dann auch noch eine Steckdose kriegen. Und dann liegt hier. Der Strom vom Fuchs zum Beispiel. Das würde mir gefallen. Hier ist dann eh viel Schatten. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt male, weil ich es dann eigentlich wieder übermalen muss. Aber überhaupt nicht schlimm. Das gefällt mir jetzt halt. Da müssen wir mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wo ich den Hochsitz hinmache. Der stört mich ein bisschen in dem Ensemble. Vielleicht setzen wir den hier so dazwischen. Dann bin ich aber noch nicht sicher. Da muss man mal gucken. Da muss man mal schauen. Na gut. Aber jetzt erst mal Pause. Bis morgen. Ich denke, das ist ein okayischer Abschluss. Das ist ein okayer Abschluss. Untertitelung des ZDF, 2020